Meine Damen und Herren, jetzt sehen wir unsere Nachrichten, ja. In Städteldorf ist eine Räuberbande, ja. Städteldorf, wegen der Stadenwörter, in Gostorf, in Niedrosbach, ja. Da sind die Räuberbande, ja. Ist eine Räuberbande zu Hause, ja. Ja, da ist sie wirklich da. Eine Räuberbande, ja. Gibt's in Städteldorf, ja, ja. In Gostorf, in Niedrosbach, ja. Und alle, alle sind schon da. Alle, alle machen mit. Das ist ja gewiss, ja, gewiss. Auch Richter, Staatsanwalt, alle machen mit, ja, ja. Was, was war die Bande, ja. Die kommt aus Städteldorf sogar. Niedrosbach, Niedrosbach, und die von Dalloch, ja. In Gostorf, alle machen mit. Viele machen mit sogar. Ja, viele Bandemitglied, ja. Sind in Spädteldorf zu Hause, ja. In Städteldorf, sind sie zu Hause, ja. Auch ein Stockgeraus sogar. Und wie kein Eiburg? Oh, sicher, ja. Ja, die Räuberbande, ja. Ist sie in Niedrosbach zu Hause, ja. Da kehren viele Firmen, ja. Die kehren diese Räuberbande, ja. Die Räuber, Räuberbande, ja. Liebt es aus und braut sogar. Ja, und das glaubst du wirklich, ja. Ja, es ist auch wirklich wahr. Denn Richter, Staatsanwälte, ja. Kieber, ja. Alle sind schon dabei, ja, ja. Jeder will Geld haben, ja. Jeder nimmt sich, was er will sogar. Das ist die Räuberbande, ja. Die gibt's wirklich, wirklich, ja. Brauchst du eine Räuberbande, ja. Da kann man nach Städteldorf, Niedrosbach, ja. Ja, oder Tiefenthal sogar, oder Eckendorf und Stammwörter, ja. All dort sind sie, ja, zu Hause, ja. Viele Banter-Mitglied, ja. Die haben so viele Mitglied, ja. Da glaubst du, ja, das sind wirklich, wirklich alle Räuber, ja. Ja, wirklich, ja. Denn die Räuberbande, ja, ist so mächtig, wirklich wahr. Ja, ich bin eigenig, was sie alle zu haben, ja. Alles wurde gestohlen, ja. Kein Richter macht irgendwas, ja. Und kein, kein Kieberer. Jeder Kieberer sagte nur, eine Räuberbande haben wir ja gar nicht, ja. Irrtum, Räuberbande ist schon da. Denn jeder, jeder macht den Mittag, ja. Jeder will Geld haben, ja. Keiner will es versinken, ja. Jeder will es haben, ja. Jeder will Geld und Leben und Sausenbrauch sogar.